Hey Leute, ich bin's, MacPavrik. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr bei TikTok eine Story erstellt. Fotos oder Videos habe ich hier schon hochgeladen. Eine Story erstellt man ähnlich. Auch hier auf das Plus drauf gehen. Dann hier von Kamera auf Story gegebenenfalls switchen. Das bin übrigens ich. Hallo. Wollt ihr ein Foto oder ein Video machen? Ich will ein Video machen. Nehmt das jetzt mal auf. So, bla 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 bla. Schließe das Ganze einmal ab. Jetzt wird es kurz verarbeitet. Jetzt gehe ich hier auf deine Story. Da muss ich auch einmal drauf drücken, um eben jetzt kein Video aufzunehmen, sondern auch wirklich eine Story zu erstellen. Das Ganze wird verarbeitet. Ist jetzt bei 77, bei 98%, 99%, 100%. Und schwupps, meine Story ist nun online. Und auch hier in meinem Profil zu sehen. Und setzt sich auch von den Videos ab, da es dann hier mit Story gekennzeichnet ist. Ich hoffe, dieses Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacBeverick.